hallo und herzlich willkommen bei klo seminar was haben wir denn heute freie gedanken zum thema schicksal was ist denn so schicksal schicksal kammer vorbestimmung wer weiß ja schon was ist wirklich wahr was kann ich dafür dass mir das immer passiert kennst du diesen spruch hast du den schon mal gehört von dir oder von jemand anderem die anderen sind immer die die schlecht zu mir sind andere sind immer schuld an deinem schicksal an deinen kammer an deiner vorbestimmung irgendetwas muss ja jeder haben kennen wir viel von eltern leuten ja das alter bringt halt das eine oder das andere mit ist das so oder machen wir das selber keiner kann sein schicksal entrinnen wurde meiner generation beigebracht ist das wirklich wahr was ist deine meinung dazu der hat schlechtes kammer bleibt von dem fern das ist ein schlechter typ pass auf was er tut geht in dieselbe kerbe kann man wirklich so urteilen sollte man wirklich so urteilen oder tja wenn das einem halt so vorbestimmt ist da kannst du nicht machen es erwischt man will oder nicht ist das wirklich so fragt ich mal kannst du dein schicksal lenken was ist denn deine haltung oder deine meinung dazu würde mich wahnsinnig interessieren schreibt es in den kommentare und ich danke dir ganz herzlich für die aufmerksamkeit und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt freie gedanken vielen dank auf wiedersehen